Moin, liebe Zuschauer. Hier nochmal ein kleiner Einblick aus der Teichhuhnwelt am Montag, den 3. Juni 2024. Fünf kleine Teichhuhnküken sind es nun und noch ein Ei im Nest. Aber nun genug mit der Sabbelei. Genießt die kommenden Minuten mit den Wundern der Natur. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018